The following video is rated P Der war noch ganz hinten im spawn Links ist ab Sehr schön Na, er ist links und liegt auf dem Boden Direkt an deinem Rand Bloß im Lost Stand Na Aber wenigstens hast du noch weggemacht, ey Ja Das Fick-Schnitzel Boah ey Hat er aber direkt mal den Kopf weggeballert, ey Mhm Dann ist er schön verblutet Ja, Karsten erfreut sich immer am Leiden anderer Menschen Ja Ja Falschtasse Ich hab grad festgestellt, dass ich meine Zen-Decks nicht mehr werfen kann Warum das denn? Deswegen gründen Auch deswegen Voll ruhig Ja Da hab ich grad einen gehört Glaub ich Oder war's doch nur das Klöttern der Stangen Man weiß es nicht Das Flüstern im Winde Ich glaub die hocken alle nach dem Spawn Ja, wir warten grad darauf, dass sie rauskommt Wir hocken nämlich oben mit unseren Scharfschützengewehren Oh Scheiße Oh, warum kann der Hust denn nicht rausgeworfen werden? Weil das nicht geht, du Loppen Aber warum das denn? Äh Alter, die stehen beide bei B Da kommt der nach Ich schreib schon wieder, ab Arsch, ich will nichts schreiben Boah, ne Spaß, ich muss mit meinem Äh So ist das viel besser Ich drück nämlich mal STRG zum ducken, ey Dann legt er sich hin Das will ich gar nicht Drück immer Y zum ducken und dann schreib ich auch immer Von Daisy, ne? Oh, das ist von Battlefield Ja, wir haben jetzt übrigens mal auf Ich hab dich als erstes voll dich gesehen Ungestellt Bam, 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 bam Boah, ich will wieder die Bombe haben Ich hab die Bombe Ich muss ein höheres Level sein Warte, so Ich wundere allerdings, wo du langgelaufen bist Dass wir dich am Anfang gar nicht gesehen haben Ich? Kasten, das ist gut Kasten, das ist gut Wo seid ihr? Bei deiner Mama Bei deiner Mama Och man, das kann doch nicht wahr sein, ey Habe ich zu spät gesehen, das ist doch so ätzend Gibst du Rückmärkung? Ungefähr noch nie MW 2 gespielt, aber Ist doch so wie jeder andere Shooter Am Arsch, ich wollte deine Waffe nicht, die ist scheiße Jawohl Au Nicht schlecht Der andere sitzt da hinter dem Gib ihm das Ding Gib ihm Hala und du frisst Der geht links rum Der geht links, der ist links, der ist links Sehr schön Oh, warte mal eben Die Zen-Tech skills, die Zen-Tech skills Guckt euch die an Guckt die euch an Oh mein Gott Nicht schlecht Da hat es keine Chance mehr Der ist nicht mehr weggekommen Doch Ne Sprinten und weg Ne, wäre er nicht mehr Der wäre nicht mehr weggekommen Das Ding ist ja fast sofort explodiert Boah Flo, wir können jetzt nicht zu neul hier verlieren Doch, könnt ihr Warte mal, war das hier nicht hier? Gerätig, ja Oh verdammt Team-Chat Du auch Boah, ich habe auch so scheiß Bewaffnung, ne Weil ich einfach kein Level habe Ah, wo warst du? Oh Hart, da hinter den Gardinen, alter Du besser Als... Das ist total öde wenn Carsten und das den zusammen spielen, ne Diese C overall Diese Camperfotzen, ey Diese Camperfotzen Warte, ich hab nicht gecampt Habe ich gewartet Habe ich ihn gesehen Nein Sehr schön in den Arsch geschossen Danke Weißt du, kann ich wieso ich schon wieder aufnehme weil du es kannst ganz gut, dass ich es nicht aufnehme, weil ich immer gegen die Scheiben laufe okay, einer ist rechts das ist eine Lüge das ist ja wohl eine Lüge warum treffe ich dich nicht, ey du hast mich getroffen, aber ich bin nur nicht gestorben ich habe null Punkte, ne 100 Punkte habe ich doch noch ich habe ungefähr gar nichts ich habe noch nichts gemacht das ist gut Fabi, was du da machst nicht laufen, nicht laufen, sonst hören die dich da, da, da ah, ist im Gebäude bei uns bei unserem Spawn boah, blinder Fisch, ey oh, ne Spaß, ey ja, ganz schön krass meint ja nicht, dass er seine Drohnen, äh, alles ausgestaltet hat wieso? ich bin auch einfach nur durchgerannt nee, das hier hat, glaube ich, eine Drohne ich habe eine Drohne ich höre sie nicht ein das ist schön Dustin, du schaffst das du hast nur noch drei Minuten, ne? glaubt man an dich ja, wenn du es gesagt hast, sterbe ich hoffentlich ich gebe nichts neu hier raus nein nein, ne, ne alles cool ich hoffe, du hast gerade mal überlegen, ob ich einmal ja, kurz schießen geh da lang, genau geh da lang, genau scheiß oh Gott so nicht da, nicht da du hast fünf Sekunden Zeit, um das zu entschärfen Alter Fabi ja, ja Norris noch mal okay, wir haben ver... ja, ich muss jetzt runter ja, ist zu spät, fünf Sekunden bräuchtest du überleb' lieber ja, wenigstens nicht zu null raus aber da habe ich nämlich noch gesehen wo warst du? Fabi? bitte? wo warst du? ich war... ich war... in einem... äh... in einem Scharnhauschen bei B ah... hab ich doch nicht verguckt da wollte ich jetzt nicht reingucken, eigentlich gesagt ich glaube, rechts ist eine Granate geflogen okay, er ist rechts an der... ähm... an den... an den... bei Flucht, da essen sie weißt schon an den Krähen so... dann komm mal her Schnuggi ja... schade man weiß aber wie... aber wir sind Camper, ne? ja, da hätte er keine Chance gehabt, da ranzukommen von beiden Seiten abgedeckt das war schön, das hatte viel schönes Flow so... können wir trotzdem Kassen oh ja... Fabi? ja... ja... okay... geh... geh zum anderen okay, einer ist Richtung B gelaufen das ist ne Lüge ja... 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 warte... dün-tidün... dün-tidün... du hast grad irgendwas bei... einer Mitte explodiert? war in der roi in der mitte okay einer ist von ausgewiesen einer war unterm heli kassen wir gerade aus dem zorn raus in dem ich nicht nur so als spiel ich mich langsam ein dann geht nicht durch schaden wo ist ja froh hast du aber wo bist du naja weit weg ja ich sehe schon weit weit weg ja das pfb ich plante gerade ja hinter unterm heli unter dem heli der geht richtung b heraus wahrscheinlich hörst du die regenwürmer husten naja der wird bei oplenden wollen Oder er sucht dich. Sehr gute Idee. Das ist nicht gut. Doch. Er sagt, das ist gut, wenn das ist für uns nicht gut. Siehste Carsten, der Host kann nicht rausgeworfen werden. Der Host ist unsterblich. Fluss, der Host. Leider. So. Oh mein Gott, hab ich erschrocken. Oh, aua, 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 aua. Wo ist er? Aber geil. Wo war er? Oh, die Skills. Auch wenn ich nicht runtergefallen wäre. Du hast so Glück gehabt. War er bei uns im Spawn, ey? Nee, gar nicht. Boah, er hätte nur... Er wollte gar nicht blenden, der Pisser. Er hat einfach nur die Zeit abgefahren. Weil er gar nicht weiß, wie er jetzt geht. Ja, seine Mama weiß nicht, wie es geht. Ah. So, wo seid ihr jetzt? Ich bin ganz still. Ja, natürlich. Bis einer stirbt. Ey, Flo X sagt man nicht viel. Das wollte ich auch. Ich wollte jeder noch schreiben. Gar nichts. Okay. Bei A sind sie. Fahrstuhl. Kämpfer. Boah. Ja, nope. Oh, Carsten, ernsthaft mal. War das nur einer? Bei A war Flo. Ja. Ich dachte, wenn beide. Ja, das hat er auch gesagt. Bei A sind sie. Ja, die hat gesagt, die waren da. Ja. Da er. Meine Aiming-Skills, ey. Wie geil ich dir die Beine weggeschossen habe, ey. Magst du es Leuten auf die Beine zu schießen? Ja, richtig. Man hackt es. Was fällt hier bitte ein? Ich pisse ihn auch gerne ans Bein. Oh, hab ich da was geflasht? Was, du hast dein Flash verbraucht? Ich hab mich gerade gefragt, ob ich da was geflasht habe. Jetzt ernsthaft mal, ich hab dir auf den Kopf geschossen, Alter. Du hast mich nicht einmal getroffen. Deine Mama hatte ich nicht getroffen. Stell dir, Carsten. Flo campt schon wieder. Ich weiß mal, ey. Warum, weil Flo ein Camper ist? Der gute alte Camper Flo. Das sind halt die Bombe nicht. Und dann hat Carsten sie logischerweise, glaube ich. Oh, der sie liegt noch im Spawn. Und dort wird es mich dumm gelaufen. Aber das ist auch nicht unser Ziel. Hast du das für die Kategorie gemacht? Flo? Ja. Ablenken hier, ne? Ja. Mit allen Mittelchen. Oh, Alter, was willst du denn da? Kennst du das noch, meinen alten Sniper-Spot? Ja, das werde ich gerne hier machen. Ach, stimmt, du gehst nicht gespielt auf der Karte. Oh, warte mal. Scheiße, ich seh den gerade nicht. Danke. Kein Ding. Oh, wo war der Sniper-Spot hier nochmal auf der Karte? Nein. 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 Lol. Der ist hinten bei uns im Spawn. Ja. Der war bei uns im Spawn. Die kleine, miese Ratte. Da dachte ich, der war bei den Krähen oder so. Ja, ja. Ja, Karsten, du bist schon eine kleine, miese Ratte. Man muss nur überzeugend sein. Vor allem von wegen Sniper-Spot, ey, bla bla. Du hast es mir abgekauft, ja. Aber der wäre auch bei den Krähen gewesen, glaube ich. Ja, unter anderem. Hätte ich gar nicht mal so falsch gelegen. Na, ich denke, der geht jetzt B-Planten. Wenn er die Bombe dann geholt haben sollte. Da muss ich aber noch hinlaufen. Habe ich denn Lust, nochmal in Spawn zu laufen? Weiß ich nicht. Vielleicht willst du auch lieber Flo töten. Ja, klar. Blöde Töten macht Spaß. Ah, da war er. Da war das Fenster kaputt. Da war. Oh, hockt er vielleicht immer noch da hinten. Nee, nee. Das ist ja Quatsch. Oh, oh. Nervöse Musik. Ja. Komm ich gar nicht auf klar hier. Nee. Ich mach doch total nervös, ne? Jetzt nicht mehr. Ah, sah ja. Ah, okay. Es war Blöden gegangen. Was ist nur so was zugegangen, dass du... Wo war er? Keine Ahnung. Habe ich nicht gesagt. Ja, lag er da im Fahrstuhl. Aufzüge, wenn ich bitten darf. Ja, ist mir doch egal, wie das Ding heißt, ey. Lachse drin. Oh, Unterbrechung. Am Arsch, erst mal losschießen. Warum das Scheiß? Wir haben heute... ...fünf Minuten unseres Lebens im Fahrstuhl verbracht, ey. ...oder zehn sogar. Das war richtig hässlich, ey. Und wieso tust du das? Ich habe mich zu vora, Treppen zu laufen. Kassen. Kassen. Kassen, guck. Kassen, guck. G-Hard. Hätte gerade jemand ein bisschen bumm gemacht. Links, links, links. Links. Oder links. Okay, der ist wieder... Ah, nee, der eine ist noch da. Die waren längst irgendwo. Was ist das denn? Uah, uah. Aua, uah, uah. Der hockt... Äh, setzt jetzt gerade. Warum messet der Ficker nicht? Ich drück ewig, du klopter, und der macht nix. Kassen, Kassen ist unterm Heli. Unterm Heli. Scheiße, ich vergesse immer, die Dinger wegzutun. Der ist unterm Heli. Bam, 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 bam. Ja, der war unterm Heli, als er mich getötet hat. Boah, Kassen war so schlecht geschossen, ne? Dann trotzdem getroffen. Ja. Er hat noch nicht mal losgeschossen, also was erwartest du? Da lass ich mir doch Zeit. Da lass ich mir doch Zeit, bis ich irgendwann mal dran bin. Boah, fuck Team Channel, Alter. Mach das Ding da kaputt. Junge, Junge, Junge. Fäundliche Vorhilfe! Ich bin tot. Boom. Wo? Ich hab das Ding fallen sehen. Ich hab's fallen sehen. Und da hab ich gedacht, fuck, ich bleib stehen. Semme. Können wir trotzdem. Karsten ist im Keller, glaub ich. Oder? Ne, war doch nicht. Das warst du. Wir hätten jetzt Vorrede geholt. Leute, benutzen Sie doch nicht eure Abschluss-Serie. Das ist bitter. Ich hab nichts genutzt. Ich bin nur irgendwo hingeschmissen. Ich wollte sie loswerden. Ich wollte sie loswerden. Ich hab doch gesagt, wenn ich du wehre. Esso. Welcher Ficker von euch war das jetzt? Karsten ist hinten bei uns am Spawn. Scheiße. Ah, da links war er. Hab ich ihn abgelenkt. Aber einen hab ich. Einen hab ich. Das hat er auch vergehört. Ja, das war schlecht gemacht von mir. Muss er ja zugeben. Versuchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Lauf mir nicht da und spüren wir. Fuck, Alter, ich dreh am Rad hier. Fuck, der Fenster kaputt ist. Och, man. Scheiße. Bist du tot? Ja. Der hat mich direkt weggemacht, so wie ich ihm das sehe. Karsten, bleib bei mir. Karsten. Boah, das kann nicht wahr sein. Ja, wer war da hinten? Rechts, die rechts. Geradeaus sozusagen, geradeaus. Der kommt hier rechts lang. Jo. Ba, fuck you, bitch. Okay, ich hab ihn gesehen. Nice, Flo. Uuuuh. Scheiß Vollautomatik. Komm ihn um. Der bleibt noch im Rad, Junge. Loll. Oh mein Gott. Alter. Sehr. Ich nehm jetzt nicht, dass ich scharfschützen kann, weil Karsten auch nicht auf mich hört. Das war gut, Flo. Ich hab gehört. Sehr schön. Der hast du nicht. Ich hab auch voll in die Beine geschossen jetzt. Also bin ich rechts. Gelesen. Da hatte ich viel Schönes. Weißt du, da hat man schon einen Herzschlag-Sensor und dann hört Karsten nicht mehr auf einen. Ich hab's kicked. gut du hast geschossen oder wurde auf mich geschossen? ich hab nicht geschossen ich hab geschossen warum hast du geschossen? das war noch im spawn sobald ich das auf der karte gesehen hab warst du blind das denn? mit einer blindgranate? das sieht man wenn die einschlägt oder? das sieht man wenn man da ist einer bei uns in der nähe gewesen bei unserem spawn die sind bei uns im 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 spawn der größte camper von allen ist der ist am fenster der ist what the fucking hell alter da ist noch einer das sieht oh mein gott das eine da durchgelaufen der andere kamer nein der hat losgelaufen sam text of hell oh mein gott auch durch die wand durch ey nein durch den schlitz durch bada 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 ja gut aber wir haben es noch schön hoch gearbeitet von 4-0 auf also von 0-4 auf 5-8 ist ja auch nicht schlecht fabi hat halt bewiesen dass er sich doch in die shooter einarbeiten kann ja wieso was und äh Flo ist so schlecht wie immer ja auf jeden Fall das ist das wunderbare Fazit was wir jetzt ziehen und dann bis zum nächsten mal haut rein tschüss tschüssi